hallo und herzlich willkommen hier zur neuen betashow mein name ist venian und ich möchte euch heute etwas über ein neues mount zeigen ihr seht hier schon den vorgänger des mounts das ich euch zeigen möchte und zwar ist das ja das tundra-mammut des reisenden aus wrath of the lich king da saßen links und rechts reparatur menschen beziehungsweise auf der anderen seite saß dann irgendjemand anders hier ist jetzt ein spieler glaube ich und ja man konnte eben die reparatur leute auch runterschmeißen und dann konnten sich da zwei weitere leute draufsetzen in miss of pandaria gibt es da etwas neues was ich euch jetzt zeigen möchte da muss ich auch hier innerhalb des kunlai gipfels herum reiten ihr seht die karte auf deutsch noch immer nicht gefixt ein bisschen nervig deswegen spiele ich normalerweise nur mit der englischen version aber ja was tut man nicht alles für euch da draußen um das ganze jetzt hier mal ein bisschen richtig hinzukriegen da drüben sehen wir übrigens das schar des zorns das ist der neue welten boss im kunlai gipfel können wir uns ganz kurz im dungeon kompendium etwas zu durchlesen und zwar das schar des zorns ist die körperliche manifestation der wut sie konnte aus dem shadow pan kloster ausbrechen und ja inmitten der gewaltigen konflikte in pandaria hat die finstere entität immer mehr an kraft gewonnen vor kurzem wurde schar in kunlai gesichtet wie es mit hilfe der dunklen energie alles auf das straf verdarb ja ich möchte euch mal zeigen ganz kurz wie die welt sich verändert ja wenn man in die nähe des schar des zorns kommt ihr seht das hier himmel anders geworden wenn ich jetzt hier wieder hin reite gleich ihr seht es jetzt hier noch mal ne himmel und so war himmel und so das verändert sich halt je nachdem wie nah man an dem schar des zorns ist so wir sind aber jetzt hier auf dem grummelbazar und auf dem grummelbazar seht ihr schon das mount und dass es geht es ist nämlich das große expeditions jack kann man bei dem herrn hier kaufen der verkauft das im moment für 60.000 gold wird natürlich je nach gilde billiger ich bin hier im moment in keiner gilde daher wird es für mich nicht billiger ich kaufe es einfach mal aus irgendeinem grund zeigt es mir mal an dass ich es nicht reiten könnte weil ich ja kein geübtes reiten habe aber tatsächlich das steht jetzt da auch ihr könnt diesen gegenstand nicht benutzen wie dumm das ist halt irgendeinen fehler für den hexenmeister einfach der ja hier ausgemerzt werden sollte aber ich würde sagen ich wollte einfach mal nach ogramma und dann machen wir weiter so nachdem ich dann jetzt auch mit diesem hexenmeister endlich das geübte reiten gelernt habe das gesagt im moment ein bug steht hier dann auch benutzen lehrt euch wie man dieses reit hier für drei personen mit händlern beschwört ausgezeichnet für lange reisen zum gipfel des nimalaya kleiner witz lasst euch von euren freunden beneiden tja dann lernen wir das doch mal kriegen erst mal ein achievement ja ganz toll und ja gucken dann hier in reit und haustiere unter großes expeditionsjack und da kann man dann auch aufsitzen dann gucken wir uns was genau das besondere ist an diesem mount also erstmal sieht es ja ganz schick aus ohne frage dann habt ihr aber gerade schon gesehen der typ hier ist ein arcana umschmiede das bedeutet ihr und alle eure leute in eurer umgehen oder gegen könnt hier sachen umschmieden ja also ihr seht es funktioniert ohne probleme ist doch wunderbar endlich mal ein portabler umschmiede man muss nicht hier immer nach ogramma eiern und da reingehen also dieser typ hier ein arcana umschmiede auf der anderen seite haben wir wie immer ein reparaturmenschen bei dem ich zum einen reparieren kann wie gesagt ich bin keine gelde daher da nicht und zum anderen ja gibt es hier halt so basis sachen ne also da gibt es eigentlich vieles was man da kaufen kann wird sich vielleicht noch ändern man weiß es nicht ja also arcana umschmiede und eben auf der anderen seite der verkäufer sind hier drauf man sitzt auch ganz cool auf dem mount ja das möchte ich auch ganz klar noch mal sagen vielleicht mal das interface da das interface ausblenden können wir uns noch mal genau anschauen ich finde die katze da toll sehr lustig macht lustige geräusche es ist vollgepackt natürlich hier ist es zu kursagen träkant hat auch eine katze die wegen weiß ja gar nicht was das für wesen sind die da drauf sitzen das sind jetzt keine gnome oder so sondern das sind diese ganz besonderen mobs die man im kunlai gipfel trifft sind klein aber ja ich weiß nicht genau vielleicht weiß jemand der zuschauer was das für wesen sind aber so sieht auf jeden fall das große expeditionsjack des reisenden hier aus ja cooles ding ich würde sagen wir reiten auch mal damit oder ich finde wir sprechen das besonders lustig also im moment ist glaube ich die animation auch noch ein bisschen gepackt aber ansonsten hat es was ich finde springt toll was habt ihr ich könnte schon wieder zehn minuten damit verbringen mich zu beömmeln wie dieses vieh springt ja also überhaupt wie es läuft ist ja schon lustig genug kampf haustier trainer und ja aber wie springt ist ja auch toll top ding mensch also gefällt mir persönlich ja also das hier das neue große expeditionsjack vom kaufen bis zum ersten benutzen ausprobieren arcana umschmiede auf der einen seite händler auf der anderen seite kann man natürlich auch sagen verschwinde hau ab ja und dann sind da keine mehr ne euer jack ist in einem anderen stall ja sagt der eine der andere sagt nix sondern verschwindet einfach ach ne ne ihr seht wie jemand aus der interesse an seltenen begleitern haben könnte ja könnt ihr so nicht wieder zurückrufen glaube ich sondern müsst ihr dann halt neu aufsitzen ist jetzt aber kein drama ne und jetzt konnten halt hier dann andere leute einsteigen ne auf den beiden freien plätze natürlich das kennt ihr ja schon denke ich mal von einem anderen mount ich kann es mal wieder aufsitzen dann sollten die beiden typen auch wieder da sein wäre lustig gewesen wenn jetzt nicht aber nein sie sind da tja ich denke so eine sprung animation wird noch kommen oder hat auch so was vielleicht sollten sich so lassen was sagt ihr naja also das große expeditionsjack und zum abschluss noch mal der hinweis wenn die eu verlost beta keys oder nicht beta keys sondern eher gesagt beta zugänge zu mist of pandaria wir haben dann mehrere aktionen für geplant schaut am besten einfach mal ab heute nachmittag also samstag den 26 sollten wir damit beginnen und das wird mehrere aktionen geben die sich bis zum 9 juni durchziehen und dann vielleicht noch mal im juni mal gucken aber erst später und ja 150 150 für eine krasse menge haben wir und die könnt ihr eben gewinnen dafür wirklich öfter einfach mal auf www.venien.eu vorbeischauen heute nachmittag geht es los mit dem ersten kleinen gewinnspiel und ja dann machen wir weiter also bis zum nächsten mal euer venin Bis zum nächsten Mal.